Hallo Freunde und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Valentinstags-Giveaway. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass Valentinstag eine Erfindung von der Blumenindustrie ist. Also darum schenkt heute mal eurer Freundin, Frau, nette Arbeitskollegin, Mutter oder sonst jemand einen schönen Blumenstrauß. Den müsst ihr ja nicht unbedingt kaufen. Vielleicht gibt es ja bei einem Nachbarsgarten ein paar nette Blümchen. Ich habe jetzt mal nichts gesagt, aber für den Fall, wenn es dann so ist, braucht ihr natürlich das richtige Werkzeug, um einen schönen Blumenstrauß für euer Liebste zusammenzustellen. Und darum gibt es heute hier ein niegelnagelneues Victorinox Blumenmesser zu gewinnen. Die heißen wirklich so, das sind wirklich Blumenmesser. So, weiß ich, vielleicht verwenden das Floristen, haben kerzengerade Schneide und eine schöne Schiebfurtklinge. Und auf diesem Modell steht auf der Klinge, ich hoffe, man kann es jetzt mal erkennen, der Fokus stellt nicht immer auf mich scharf. Steht jetzt mal auf der Klinge, wir machen das hier mal weg, vielleicht kann man das hier besser scharf stellen. So, jetzt Fubo Forest Films, genau. Jetzt sieht man es gut, ne? Schön in schwarz mit goldenen Elementen, das Logo in Gold, dann so die Messingpins, wunderbar, rasierscharf, schöne kleine Schiebfurtklinge. Und ja, mit dem Blumenmesser könnt ihr dann nachträglich dann vielleicht eurer Liebsten einen Blumenstrauß organisieren. Genau, das gibt es heute hier zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Zwei Dinge. Erstens, ihr schenkt eurer Frau, Freundin und so weiter ein Blümchen. Das kann ich ja nicht, zwar nicht kontrollieren, aber da vertraue ich euch mal. Und zweitens, ihr hinterlasst hier einfach einen Kommentar unter dem Video, dass ihr Bock auf das kleine Victorinox Blumenmesser habt. Das lassen wir dann eben nur heute laufen und heute Abend mache ich hier wieder dicht und ziehe einen Gewinner aus allen Kommentaren. Ja, dann wünsche ich euch nochmal schönen Tag. Schenkt eurer Freundin, Frau ein Blümchen. Wenn nicht, ihr wisst ja, beim Nachbarn im Garten oder so. Und macht hier mit, hauen wir heute raus ein schönes neues kleines Victorinox Blumenmesserchen mit Fuba Forest Films auf der Klinge. Also, Freunde, viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli. Macht's gut, bye bye. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli.